Hallo liebe Freunde und liebe Gemeinde von Kernen. Hier ist mein erstes Video. Ich gebe jetzt hier gleich die Kandidatur für die Bürgermeisterwahl in Kernen ab. Ich habe auch eine Pressemitteilung gemacht und habe den Weiblinger Zeitungsverlag und die Bild-Zeitung informiert. Die schreiben ja normal immer. Ich habe gewartet. Ich war pünktlich um 12.30 Uhr wie verabredet mit dem Redakteur vom Weiblinger Zeitungsverlag da. Aber der ist dann einfach nicht gekommen. Ich habe dann angerufen und er hat mir dann nur gesagt, er nimmt den Termin nicht wahr und er möchte, wird halt nicht kommen. Ich habe denen halt die Gelegenheit gegeben, wie von dem Gegenkandidaten, da muss er jetzt auch keine Werbung für sein nochmal machen. Der Herr Benedikt, Vorname kann ich mir gerade merken, auf jeden Fall da war die Zeitung dabei. Ich habe denen die Gelegenheit gegeben, auch jetzt, wenn ich gleich die Bewerbung abgebe, dabei zu sein. Er sagte, er kommt persönlich und dann kommt er und sagt nicht mal ab und sagt nur, er nimmt dann den Termin nicht an. Also keine schöne Geste vom Weiblinger Zeitungsverlag. Da zeigt es halt mal, wem seine Interesse erfordert und ich schaue jetzt mal, dass ich ins Rathaus komme. Bis dann und Herz 5. Und das wahr, ich schaue jetzt mal, denn das ist eine falsche Lebensqualität. Vielen Dank.